Und dann Moinsen zum Spielfazit zum 3-0 des VfB gegen Eintracht Frankfurt. Die Siegeserie beim VfB in diesen Samstag 18.30-Ansetzungen setzt sich also damit fort. Ihr wisst, wie es hier läuft. Ich habe wieder Stichpunkte gemacht, ein bisschen chronologisch auch, gehen wir es durch. Natürlich, erstes Thema ist schon noch vor dem Spiel, aber es ist mir auch nochmal aufgefallen, oder wollte ich auch nochmal ansprechen, sage ich mal, weil im gesamten Raum von diesen verrückten Mitgliederverkäufen mit Hunderttausenden Warteschlangen und dies, das, generell auch Mitgliederzahlen, die steigen, das heißt, stell dir mal Champions-League-Verkäufe und sowas vor, das wird ja auch nicht besser werden in dem Sinne, ist es schon ein absolutes Privileg, eine Dauerkarte generell zu haben. Dazu natürlich auch noch da, wo ich jetzt zum Beispiel bin, jetzt eben auf mich bezogen, in der Kancha-Kurve, absolutes Privileg. Klar, in den letzten Saisons war es auch ein Privileg an sich, aber natürlich im Erfolg ist nochmal eine andere Geschichte, weil in den letzten Jahren musst du schon einiges aushalten, da haben wir uns auch verdient, dass man eben da seine Dauerkarten hat, wo man sie hat, wenn man eben schon das jahrelang mitmacht. Aber das ist eher überleitend in das Thema, was ich auch schon ein paar Mal besprochen habe und deswegen auch nicht größer machen will oder länger machen will in dem Video. Natürlich auch ganz klar, es war so ein bisschen das Thema Dauerkartenplätze, dieses Privileg der Plätze, sage ich mal, versus mehr Aufrufe, Wachstum für den Kanal durch eben normale Stadion-Flogs. Das ist natürlich auch ganz klar, wenn ich ganz normale Stadion-Flogs machen würde, wie eben in den letzten Jahren, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, zu der Thematik, warum es eben nicht mehr so ist, wegen einfach grundsätzlicher Vorsicht, sage ich mal, von meiner Seite aus, jetzt gar nicht wegen, keine Ahnung, Richtigkeit dessen, von denen, die das fordern, aber eben einfach Vorsicht auf meiner Seite, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch ganz klar, wenn es ganz normale Stadion-Flogs geben würde, wären wir wahrscheinlich schon sehr viel weiter, einige Schritte weiter. Aber da, ja, haben diese Plätze überwogen, weil jetzt, man guckt nächste Saison, Dauerkartenplätze da in jetzt eben möglicherweise Champions League und so Geschichten generell an Dauerkarten zu kommen. Nächste Saison wird vorgewählt für alle, die noch keine haben und zum Beispiel auch zum ersten Mal eine haben wollen. Das wird aber komplett gestört. Also von dem her, das ist dann wieder so gefühlt, ja, so ein gefühltes Generationen-Ding, so gefühlt vererbst du die Dauerkarten irgendwann. Von solchen Plätzen kannst du einfach nicht weggehen. Das kannst du einfach nicht bringen, deswegen habe ich es auch nicht getan. Auch heute erstes Mal so richtig Sommer-Feeling-Heimspiel-mäßig, so richtig geil einfach. Trotzdem natürlich auch da so ein bisschen der Downer, weil es ist auch aufgefallen, ey, das ist das drittletzte Heimspiel. Jetzt sogar nach dem Spiel sind es noch zwei Heimspielen noch diese Saison. Das ist ja das erste Mal auch so seit Jahren wieder, dass man echt eine Saison hat, wo man sagt, ey, die könnten gerne auch noch ein bisschen länger spielen nach Gladbach. Also die Saison muss ja nicht vorbei sein. Letzten Saison war es ja eher so in die Richtung, yo, pfeift das Ding ab an Spieltag 15 gefühlt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Deswegen auch das, einfach ganz andere verkehrte Welt, umgedrehte Welt jetzt aktuell bei uns. War auch schon klar, dass Frankfurt uns alles abverlangen wird, dass es schon auch ein harter Brocken wird. Aber ich war schon von Beginn an ja sehr optimistisch, auch in Vorbricht und so weiter und so fort sehr optimistisch. Wer eben auch ein großes oder ist jetzt eben auch ein großer Sieg, dann eben mit diesem Beispiel, mit diesem Vergleich eben zu Frankfurt mit Platz 6. Und genau die Punktzahl haben wir noch auf die. Das heißt, wenn wir die schlagen würden, würden wir auf jeden Fall mindestens Europa und so Geschichten, Europa League und so Geschichten klar machen. Deswegen auch in der Hinsicht einfach ein interessantes Spiel gewesen, schon von Anpfiff ab. Rund am Stadion, vereinsbeutig mache ich auch hier nicht größer auf das Thema, auch in anderen Videos schon länger besprochen. Aber es gab ein paar Karte drumherum, alles hauptsächlich zum Thema Riedmüller zum Beispiel, der jetzt ja schon zurückgetreten ist, natürlich auch ein Banner auf der Gegentribüne. Das war auch so ein bisschen speziell, sage ich mal, weil Gegentribüne natürlich perfekt in Richtung Etage geht. Dann kann die Etage einfach geradeaus drauf gucken, statt den Blick so ein bisschen nach links wenden, so ein bisschen auf die Kurve. Auch da wieder, Vogt-Adrian soll noch raus, dies, das. Wie gesagt, das kann man nicht größer machen, als es ist. Aber eben auch Beobachtungen von heute. Auch da natürlich im Stadion, ich muss auch nochmal generell sagen, dass wir einfach auch ein Weltklasse-Stadion haben. Wir haben ein wunderschönes Stadion. Und gerade diese Paar-Spiele sind ja meistens jetzt gar nicht so viele. Aber diese Paar-Spiele gegen Saisonende dann und eben auch zu Saisonbeginn dann eben, bevor es dann irgendwann ein bisschen kälter wird, gegen Ende des Jahres, wenn alle in Weiß sind, oder hauptsächlich fast alle in Weiß sind in diesem Stadion, sieht das einfach so dermaßen mächtig aus. Es ist so absolute Weltklasse. Und da war auch schon von Beginn an klar, da ist Pegel drin heute. Da ist Pegel drin heute. Auch das war so ein bisschen eine Thematik in den letzten Wochen. Hier und da mal schwächere Phasen, auch mal gute Phasen Heimspielen gehabt. Wie gesagt, fand auch nicht immer alles schlecht, wie es manche vielleicht geredet haben. Aber da war schon klar, heute ist ein bisschen mehr Pegel drin, mal mindestens als sonst. Und ich meine, das ist nur was Kleines so, aber ich fand es auch sehr, sehr geil, dass wir da in der Mitte eingelaufen sind. Also sehr, sehr geil durch den neuen Umbau vom Stadion, das jetzt auch fertig abgeschlossen ist, dass es nicht mehr von der Seite kommt, dass wir wirklich durch die Mitte einlaufen. Hat irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr Wirkung. Sieht irgendwie ein bisschen geiler aus. Und was auch klar war, dass es geil wird, so um bei dem Wort zu bleiben, dass es Bundesliga pur wird. Zwei absolute Traditionsmannschaften mit geilen Fanlagern, die abliefern werden und auch abgeliefert haben. Und auch die Mannschaft. Weil von Beginn an war das Vollgasfußball. Die waren sofort da. Geile Anfangsphase. Und dann fiel es Seru Gerasi. Da ist der Vereinsrekord. Ich habe es ja beim ersten schwierigen Bruch natürlich auch das Witz reingepröbelt mit 1 von 25, weil auch da schon klar war, man kann ja nachgucken, dass 25 ein neuer Rekord wäre. Gerasi letzte Saison schon auch gut gebombt da vorne bei uns drin im Sturm, trotz Abstiegskampf, trotz Verletzungen. Auch da schon eine Topquote gehabt. Die ist natürlich komplett gestört. Braucht nicht drüber reden. Aber auch da schon gehört 1 von 25. Jetzt sind wir mittlerweile angekommen. 25 von 25. Er hat den einzigen, den alleinigen Vereinsrekord. Komm ist letzte Saison eingestellt. Letztes Spieltag eingestellt. Jetzt eben den alleinigen Rekord für sich selber. Komplett eiskalt. Auch die Hütte wieder. Die Art und Weise, wie die macht, ist so krass. Das ist einfach bockstark. Das ist einfach Weltklasse, was wir hier vorne drin haben im Sturm. Der Stiller Ball auch absolut, ja, wunderschön einfach. Absoluter Traum, der Ball von Stiller. Mal wieder die Vorlage. Und auf dann später 2 zu 0 auch genauso. Ich bleibe bei dem Wort. Es kommt ein paar Mal häufiger vor, aber ist mir jetzt auch egal. Auch komplett gestört eiskalt. Das ist unglaublich. Er nimmt diesen Ball, fängt ihn da ab vom Frankfurter, macht sogar diesen extra Haken noch nach rechts, schließt dann ab, durch die Beine sogar, lange Ecke, unhaltbar für den Keeper. Das ist Wahnsinn. Was wir da einfach eine Qualität auf dem Platz laufen haben, Rennen haben für uns, ist unglaublich. Und auch der, klar, der Fokus ist bei Gerasi, 25 Tore, dies, das. Aber auch in Undaf ist jetzt schon bei 16 Saisontouren. Das ist komplett verrückt, was der Mann auch schon abliefert, was wir da vorne eben für ein Duo haben. Und da auch nur eine Duizis gemacht, was geht hier ab? weil natürlich auch drumherum war natürlich die Stimmung und so weiter komplett geil, wirklich absolut geil. Das ist jetzt nur was, was ich gerade hier mir selber überlege, ohne Stichpunkt oder sowas, aber das letzte Mal wahrscheinlich so stark vermutlich gegen Leipzig, mit dem 5-2-Spielverlauf wahrscheinlich. Da war es stark, aber kann ich es nicht direkt aus dem Kopf vergleichen, welches davon stärker war oder wie auch immer. Aber ich glaube, Frankfurt war schon jetzt in den letzten Wochen, vielleicht sogar seit Jahresbeginn oder seit Rückrundenbeginn, wie auch immer, das Krasseste. Also da war richtig gute Stimmung drin heute auf jeden Fall. Noch da eben diese Dominanz am Anfang, nach 18 Minuten irgendwann mal über die Leipzig, die Leipzig-Wand-Oben gelaufen, irgendwie mit 81% Ballbesitz irgendwie, was weiß ich was, da war 80 zu 19 Pässe gespielt und so Geschichten, komplett verrückte Geschichten. Wir haben Frankfurt komplett alles abgekauft, der klassische Spruch von den Schneid abgekauft, aber ich erweitere das, wir haben den alles abgekauft am Anfang, die komplett überrannt, das war Wahnsinn. Ich finde auch da Hoeneß und auch sein Kultein auf diesem Stuhl, da mit ordentlich Abstand zur Auswechselbank, schiebt auch sehr an. Das kam auch schon sehr, sehr cool rüber, finde ich, wie sie da hocken. Er auch immer mit seiner Basecap und so, einfach ein geiler Typ, Sebastian Hoeneß ist ja einfach so, auch da muss man sagen, natürlich effizient auch, über die gesamte Partie effizient, werden jetzt nicht unbedingt großartig, noch irgendwelche besonderen Chancen, neben den Toren eben, aber die eben auch geil rausgespielt, und dadurch eben auch Chancen, die eben auch einen hohen Wert hatten, im Sinne von, wie hoch die Chance ist auf den Torerfolg. Kompletter Wahnsinn, dann auch wieder Leveling, 3-0 auch noch, geil gesehen von Underv, geiler Ball von Underv, immer auch Weltpässe jeweils vor den Dingern, also gut, außer Underv, der hat sich selber arbeitet dann, am Ende des Tages. Leveling eigentlich sogar mit dem zweiten Touch, das Ding ein bisschen zu weit nach vorne vorgelegt, aber hat eben das Tempo, den auch zu bekommen, den Ball vorbei an Trab, 3-0, auch der spielt immer wieder auf, gerade in den letzten Wochen, empfiehlt sich für eine feste Verpflichtung, auf jeden Fall im Sommer, 5 Millionen ist ja wohl die Kaufoption, 3-0 nach, ich glaube, einer halben Stunde war es ja so grob, ein bisschen mehr, ja, und dann auch da Stichpunkt hingeschrieben, Worst Case Europa League, nach 29 Spielen, und das ist halt komplett gestört, aber von der Leistung her, es waren alle da, es waren alle wach, alle aktiv, alle bockstarker gewesen, Frankfurt hätte vielleicht sogar die ein oder andere Szene bekommen können, aber wir hatten halt jedes Mal irgendwas drin, ein rettendes Bein, eine rettende Grätsche, irgendwas in der Form, das war einfach zu stark, auch gerade defensiv, also darum, dass Frankfurt irgendwie an Chancen kamen, waren wir defensiv zu stark, so ist richtig, auch dann wieder zum Beginn der zweiten Halbzeit, wir sind Rauchtöpfe, ja, viel schwarz, ich glaube auch ein bisschen weiß dabei gewesen, das ist so ein bisschen der Protest gewesen, diesmal aber ohne 10 Minuten, Schweigen, was wir in den letzten Wochen hatten, auch das sehr, sehr kurzweilig, deswegen auch das wieder völlig in Ordnung, wieder ein paar Fängesänge Richtung Etage, das fand ich für mich wieder völlig im Rahmen, und eben sogar weniger als letzten Wochen, deswegen alles fein für mich, Frankfurt, Pyrus ist für mich auch grundsätzlich fein, ist natürlich auch schon irgendwo immer wieder mal gefährlich, oder kann gefährlich sein, in den falschen Händen und so Geschichten, und eben auch für Leute, die eben nicht wirklich daran teilnehmen, an der Geschichte mit Pyrus, könnte es vielleicht gefährlich werden, aber vom Bild her stört mich das nicht, was eben unnötig ist, dieses Gewerfe von Pyrus, die sind ja auch irgendwie geflogen, die Pyrus dann irgendwie in die Oben Richtung Decke, das muss halt absolut nicht sein, das ist ja komplett unnötig, in der 2.5 kommt dann Frankfurt sogar besser raus, da kommt Wille aus der Halbzeit raus, aber eben jetzt auch nichts, wo ich, sag mal, wo ich Puls bekommen hätte, oder wo ich groß Angst bekommen hätte, aber die haben mehr gemacht, auf jeden Fall, sich nicht aufgegeben, aber weiterhin eiskalt gewesen, in der VfB vorne wie hinten auch, und auch da wieder anzusprechen, Waldemar fucking Anton, auch da wieder ab, ein paar Weltklasse-Krätschen dabei, auch so Aktionen gewesen, die eben auch nur kommen, wenn du Selbstbewusstsein pur hast, wenn ein Verteidiger über den Frankfurter drüber lupft, oder so, auch ein Karasor, sind die im Kopf geblieben, ich glaube es war Karasor, wo ein Ball kommt, Karasor sieht, okay gut, der Frankfurter unterschätzt den Ball quasi, der kommt dann nicht ran, ich kann stehen bleiben, pflügt den mit dem First Touch, wunderschön, wirklich trocken auf dem Boden runter, Selbstbewusstsein durch und durch, wirklich selbst auch Sicherheit durch und durch, das ist unglaublich, brauche ich auch nicht unbedingt die Spielernamen alle aufzunennen, aber Eton hinten natürlich auch stark, Stiller spielt wie immer eine Weltpartie, vorne, die Torschützen da vorne, führe ich der Einzige, der vielleicht so ein bisschen schwächer war, sage ich mal, aber schwach war heute keiner, so vom Ding her, hier und da ein paar, die ein bisschen unauffälliger waren, Mittelstädt zum Beispiel auch, aber sonst der Rest, da habe ich durch und durch einfach Bock, Bock starke Leistungen, und bei dem, was die Jungs teilweise auf dem Platz zaubern, oder es muss ja gar nicht unbedingt ein Zaubern sein, aber was wir eben mittlerweile als, ich sage mal, Normalniveau, als normale Leistung immer wieder, ich sage mal, hinnehmen können, wie gesagt, positiv gemeint, hinnehmen können, ist unglaublich, und das darf man auch nie aus dem Auge verlieren, oder zu sehr als normal hinnehmen, sage ich mal, wie ich es ja gerade formuliert habe, weil es teilweise einfach überragend ist, die lassen den Ball laufen, das ist unglaublich, da wirklich eine Sicherheit da drin, auch teilweise vielleicht ein bisschen zu sicher, diese eine Szene gab dann, wo es den Freistoß gab, für Mammusch, der nochmal gefährlich hätte werden können, sah ein bisschen spektakulär aus, aber natürlich darf den Bredlo halten, hat er auch gehalten, top Geschichte, freut mich auch sehr für ihn, dass er das Bredlo ohne Gegentor geblieben ist, freut mich sehr für ihn auf jeden Fall, aber sonst war es zweite Halbzeit eigentlich nur so ein Dauergrinsen, immer wieder bei so Spielzügen, oder wenn der Ball wieder lief, und so wie ich gerade schon angesprochen habe, so ein ungläubiges Lachen, so ein ungläubiges Grinsen, immer wieder drauf gehabt, was da wieder auf dem Platz abgeht, klar, wie gesagt, auch schon angesprochen, Halbzeit 2, mehr Frankfurt, mehr SGE am Drücker, mussten es aber auch, wir haben 3-0 geführt, nicht Frankfurt, deswegen, viel mehr ist da auch nicht passiert, muss man ganz ehrlich sagen, die zweite Halbzeit war schon recht träge, da ist nicht viel passiert, da hättest du quasi nicht spielen müssen, auch vom Ergebnis ja nicht spielen müssen, da ist ja kein Tor mehr gefallen, 3-0-Stion schon zur Halbzeit, die Partie war da eigentlich schon durch, muss man am Ende dann so zusammenfassen, nach dem Spiel, nach der zweiten Halbzeit, aber ja, vielleicht wäre hier und da noch ein bisschen was gegangen, noch eine Chance mehr rausspielen, oder wie auch immer, aber ey, dann dürfen sie auch da mal ein paar Schritte zurückgehen, ein paar Stufen zurückschalten, und dann eben das Ding einfach runterspielen, der Sieg war ja auch nie großartig gefährdet, oder irgendwas in der Form, oder auf dem Weg dahin gefährdet zu werden, von dem ja alles in Ordnung ist, und dann manchmal auch mal zugestehen, mal so eine Halbzeit zu spielen, die jetzt nicht so spektakulär war, sag ich mal, auch da nochmal muss ich sagen, nochmal Lob an die Frankfurt-Fans auf jeden Fall, auch da einfach auch im Sinne von, im übertragenen Sinne auch nochmal Lob eben, oder das Schöne daran, wenn eben Clubs kommen wie Frankfurt, wenn eben Vereine kommen, Traditionsvereine kommen, da ist dann halt trotzdem, wie gesagt, den Klassiker machen, den habe ich euch nicht gehört, weil es logisch, dass ich auch so der Kanschaukurve nicht gehört habe, die Frankfurt-Fans, aber man sieht es ja, wenn gehüpft wird, geklatscht wird, wie auch immer, deswegen, man hat es gesehen, auch kurz vor Abpfiff nochmal, trotz so einer, ich sag mal, ja, gut zweiter Halbzeit haben wir so ein bisschen aufgebäumt, aber man jetzt sagt, einfach verdiente 3-0-Pleite, auswärts in Stuttgart, gerade generell ja so ein bisschen Land unter in Frankfurt, was die Leistung und sowas angeht, halt trotzdem noch, gerade europäisch mit dabei, und würde mir auch wünschen, dass Frankfurt europäisch finisht, in irgendeiner Form, Euro-League-Conference-League oder so, eigentlich immer eine Bereicherung, auch von den Fans her und so Geschichten international, deswegen wäre es schon cool, aber auch dann nochmal Lob in der Hinsicht, wir würden es ja genauso machen, haben es auch so gemacht, in den letzten Jahren, wo es scheiße lief, nur nach all der Scheiße geht es auf die Reise, aber eben dann auch nach so 0-3 trotzdem noch so Gas zu geben, zu performen, wie gesagt, akustisch habe ich es nicht mitbekommen, aber man hat es ja gesehen, dass da was am Start war bei Frankfurt, und auch da trotzdem, auch da, vielleicht ohne jetzt Frankfurt einen reindrücken zu wollen, noch oder uns zu krass darstellen zu wollen, aber wenn du halt eben dann runterguckst, so nach Dortmund-Leipzig, nach uns Dortmund-Leipzig, und dann eben siehst wie Frankfurt gerade, sagen sie ja auch selber teilweise, nicht so richtig wissen, warum sie nicht auf Platz 6 stehen, und dann eben dann noch Augsburg und Freiburg und Hoffenheim, so Geschichten, nur mal mit hier und da mal im Sieg, gerade auch Hoffenheim, wenn wir so Serien gehabt, wo sie einmal aus 7 gewonnen haben, und trotzdem spielen die auch in Europa mit, also da haben wir schon durchaus in den Bundesliga, ab mit einem gewissen Tabellenplatz schon ein ziemliches Qualitätsproblem, was das angeht, würde ich behaupten, und bei uns dann auch natürlich, Spiel dann irgendwann vorbei gewesen, Stimmung sowieso top gewesen, war eine richtig brutal geile Stimmung, falls noch nicht klar genug rausgekommen ist, aber sehr, sehr stark die Stimmung, deutliches Upgrade zu den letzten Wochen auf jeden Fall, und auch ein absolut top Niveau, und ja, dann auch bei uns, da wo ich ja dann sitze, auch direkt drüber, kam dann das Banner runter, das nach all der Scheiße war dann mit dem Champions-League-Pokal und so Geschichten drauf, Stuttgart International und so Geschichten, war auch sehr witzig, also es quasi direkt im Gesicht hängt, das Teil sehr, sehr feierbar auf jeden Fall, und auch da, das war auch sehr besonders an dem Abend, noch gefeiert, bislang nach dem Abpfiff, natürlich nicht das Stadion, aber vor allem die Kurve war noch fest besetzt, mit diesem Schwaben versorft, eure Geldergesang, wirklich gefühlt in, on repeat für eine halbe Stunde, das ist einfach wieder ein klarer Fall, von habe ich auch aufgeschrieben, hier, von What a Time to be Alive, es ist einfach so, weil auch da hast du wieder oft angesprochen, genießen, 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 Genießermodus, die Haltung absolut da, auch auf dem Rückweg, es war sowas von wunderschön, dieses Feeling war so geil, weißt du, kurze Hose, Trikot an, so ein bisschen, so Sommerabend-Feeling oder so, läuft dann zur Bahn zurück und so, geiles Wetter und geiles Feeling nach dem 3-0-Heimsieg und sowas, der VfB geht auf die Reise, mindestens Europa, natürlich ist der Anspruch jetzt, mit dem Abstand und eben auch mit den Leistungen gibt es keinen Grund, warum man nicht daran glauben sollte, sag ich mal, dass er eine wirkliche Champions League wird, sogar noch das Schielen auf Platz 2 und so, einfach, es ist komplett surreal, aber einfach surreal, wunderschön, Glückseligkeit bestreitet es, glaube ich, am besten, es war wirklich ein spezielles Gefühl, ein spezielles Spiel mit der Stimmung, mit dieser Aktion oder der Länge nach dem Abpfiff noch, dem Banner, dieses Heimlaufen, dieses erste Mal wieder so Sommerfeeling-Stadion und so, es war wirklich ein wunderschöner Abend, ein Weltklasse-Abend und auch von der Stimmung her, auch da nochmal gesagt, wie gesagt, deutlich besser, wahrscheinlich die beste Stimmung, ja, seit Neujahr oder seit eben der Rückrunde, wie auch immer, aber wenn das Frankfurt war, wenn das in Anführungszeichen, sag ich mal, tabellarisch und wie auch immer, nur Frankfurt war, wie gesagt, in ganz großen Anführungszeichen, aber wenn das nur Frankfurt war, dann mal vorbereiten, prepare yourself für Bayern und für Gladbach, weil Bayern wird sowieso scheppern, je nach Tabellensituation kannst du dich sogar an dem Tag vielleicht überholen, ein Heimsieg oder generell ein Sieg gegen Bayern ist so greifbar nahe, wie schon seit Jahren nicht mehr und er ist absolut drin und da werde ich auch immer offensiv reingehen, wie gesagt, so Spiele wie Leverkusen zum Beispiel, ja, da wird es halt schwer, vielleicht den hohesten Punkt wäre ganz nett, aber gegen Bayern zu Hause will ich was sehen, da bin ich schon sehr, sehr, sag ich mal, offensiv oder positiv, wie auch immer und letzter Spieltag wird eh scheppern, letzter Spieltag, im besten Fall hast du da schon Champions League sicher gemacht, Europa League ist da sowieso schon sicher, da wird es eh komplett abgerissen, ja, im Endeffekt sogar Höhnezoff und Zaun und so Geschichten, da wird es eh abgehen wie sonst was und deswegen in dem Sinne, wenn das schon Frankfurt war, sag ich mal, dann prepare yourself für Bayern und Gladbach, das wird komplett gestört und worauf ihr euch auch preparen könnt, bleibe ich mal bei dem Wortlaut, ist natürlich der Audio-Stadion-Vlog, der kommt natürlich auch noch jetzt hier in der Nachtschicht, wie ihr es kennt von mir, zuerst hier das Spielfazit, wo natürlich auch jetzt gefragt ist, euer Spielfazit, ab in die Kommentare unten, schwelgt auch da, auch da Glückseligkeit drin lassen, ganz klare Geschichte, ich glaube, die Stimmungslage sollte ziemlich klar sein heute, danke für immer fürs Zuschauen, natürlich auch wie immer gerne kostenlos Like und Abdel lassen, für eben, vorhin auch angesprochen, Thema Wachstum hier, für unsere Community, es bin ja nicht nur ich, ich kann mich vor die Kamera setzen, wenn es keiner guckt, dann brauche ich auch nicht hochzuladen, deswegen, es ist natürlich Community-Aktion, die wir hier haben im VfB, absolut traumhaft weiterhin und schon immer seit Jahren, wie gesagt, spreche ich jedes Mal aufs Neue an, deswegen gerne Kommentare runter, gerne kostenlos Like und Abdel lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.